Ich verbrauche jetzt erstmal alle meine Zauber. Gut, da freue ich mich aber noch zu einem Gegner, damit sie ihren letzten Zauber auch mal verbrauchen kann. Und nutze hauptsächlich die erste Zauber. Ich mache gar nichts! Auf dich zu drehen! Oh Gott, der Gamebet-Patch-Dippen spinnt ein bisschen irgendwie. Ein bisschen! So, jetzt noch den letzten Zauber da drauf. Du-Ding! Batch-Batch! So, damit können wir auch schon wieder den Weg zurück gehen. Oh du du! Ja! Ah, was noch mal geht, war die schon Level 1. Ist irgendwann mal gestiegen. Ich habe auch 2 MP, ich sollte eine andere Attacke übernehmen. Auf Wiedersehen! Okay, wo habe ich den Keks? Ich habe auch keine Lust auf den Keks. Welchen hat es mir jetzt ausgewertet? Keine Ahnung. Ja genau, das hier kann ich auch verbrauchen. Swing! Swing! Kommt der eh nicht weiter! Hab ich alles verbraucht? Ja, MP sind alle. Ach so, das zählt für beides. Ja, das ist nicht getrennt worden. Dachtest du etwas getrennt? Das wäre ja zu schon gewesen, dann hätten wir den Gegner vorne locker fertig gemacht. Weil dann Baum noch also sein Wasser gehabt hätte. Und da ist, da Gehe conferrten. Ich dachte etwas, das weiß man doch nie. Oh, das war Stein! Aaah NEIN! Aaaiels ach! Achtung? Oh gut. bad restauration. Wie die ganze Zeit noch nicht dabei sind, denn mein Stuhl kriegt, meine Wasserflasche ist gerade eben fast um so zu sein. Ich guck mich um. Vielleicht sollte ich mal aufholen. Neee. Vielleicht. Ach, soll ich laufen? Ja. Oder tanzen, wie man es nehmen will. Da häng ich mich jetzt erstmal an dich dran. Gut. Mir ist kalt. Ich überlege gerade, ob ich mir das Stirn in die Dicke holen gehe. Oh, Leute, komm mal her, Dicke. Du liegst da gerade perfekt oben. Oh, Hello Kitty, Dicke, du Steck. Ach, die arme Hello Kitty-Decke. Wieso? Was ist denn Hello... Oh, mein Gott, ich bin aufgeregt. Oh, ich bin aufgeregt. Was ist denn Hello Kitty so toll? Ich weiß nicht, die Katze ist süß. Na, nur Heidi. Oh mein Gott, wir reden schon wieder miteinander. Oh nein, sind wir so schon wieder weg. Oh, es ist immer noch krass. Ich weiß, dass Hello Kitty süß ist. Ich hab Hello Kitty Schlappanzug. Ich hab Hello Kitty Anhänger. Ich hab Hello Kitty Figurne Bäckchen. Ich hab Hello Kitty Sticker. Ich hab Hello Kitty Figurne Bäckchen. Ich hab... Ich glaub sogar Hello Kitty Figurne. Oh Gott. Ich hoffe, wenn als nächsten PC hab ich mir Hello Kitty Figurne. Okay. Heidi. 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 Komm, komm, komm. Saumswurms, Alter, voll reinhauen. Keine Welt ist das Abflussbauer. Oh, MFG. Schnell bevor Heidi etwas zürfst. Okay. Heidi passiert nicht, Heidi. Die kann schon auf sich aufpassen. Weben Heidi lässt sich nur entspüren, mehr nicht. Auf die Viecher anzugreffen und mehr Lauf gegen die Fall. Ich liebe diese Hintergrundmusik. Die ist so cool. Ich... Mach mir... Oh, Excalibur, du stinkst. Excalibur stinkt, genau. Das Mana-Schwert. Nee, die Mana-Icon-Schere ist cool. Brauchst du so lange? Nö, ich hab mich nur grad mit dir verwechselt. Ich dachte, ich bin der, der vorne rennt, nicht hinten. Tja. Scheiße, wahr? Eben. Na gut, ich war auch der Erste, der gestorben ist. Ich glaube, du bist noch gar nicht... Sieht man nicht, als er gestorben in den jetzigen Aufnahmen. Nö. Hackett, schade. Bin ich auch nicht. Schade, wäre wieder witzig gewesen. Hey, Schwert, hau ab. Okay? Mondklinge, oh Gott. Laufst du gegen die Wand, du zurück? Und... Träge ich eigentlich noch Feuerzauber? Feuer, ja, kriegt man. Und Wind? Wind auch. Die typischen Elemente plus Licht und Schatten. Also acht insgesamt. Und Blitz? Und... 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 Blitz gehört zu Wind. Und Metall? Psycho, Kampf? Nein. Kampf auch nicht. Metall, ja. Oh, FG. Oh mein Gott, du wär bei Poker? Nee, Metall glaub ich auch nicht. Oh, come on. Komm, Stassi. Was war denn der Keks, Ritsch? Welchen Keks? Den ich gegessen hab. Dass sie so aufgegriffen sind. Warte, wenn die Packung nicht dunkelblau wäre, könnte ich auch besser lesen, was da drin ist. Halt, könntest du besser lesen, was da drin ist. Ähm, Mürburgrächt mit 29% Zassbitterschokolade und 11% Formischoko da ein Stückchen. Mach dich schon mal bereit, der Bosskampf beginnt. Ja, ähm, was? Ups. Ja, Entschuldigung. Darf ich einfach jetzt nur doof in der Gegend rumstehen? Äh, eigentlich nicht unbedingt, aber... Wieso nicht, wo es mal schwer hat? Kann ich so von der Seite angreifen? Japp. Weißt du mal an, anstatt zu lenken? Au. Au. Hm. Ich soll's mal... Durch Baum heilen. Was? Baum? Baum bekommt schon ein Bonbon. Holzfunk Winter. Genau. Da, 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 da. Genau. Alter, da, 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 da. Falschen Gehalt. Baum sollte die Heilung abkriegen. Ja, mir passieren auch Fehler Warum Pink Baum eigentlich? Das ist uncool Ich muss ihn mal da wegstellen Und dann mal mit ihr weg Wie soll ich mit ihr weg? Ist das scheiße denn? Oh, mir fällt gerade ein, dass sie ja auch die ist mit der Angriffsmagie Ja, genau Naja, wir können sie ja immer noch wieder belegen Also Baum, du bekommst die Wiederbelegung Es ist Zeit, dass du deine Magie ansetzt Getroffen, bevor sie überhaupt richtig wiederbelebt ist Und tot, bevor sie überhaupt richtig wiederbelebt ist Vielen Dank Warum kann ich euch nicht mehr angreifen? Ach doch Nee, du hast nicht vergessen, welches die Angriffsmagie ist Ah, einer von den Teilen ist bereits tot Der auf deiner Seite Brauchen wir Heilung? Wir nicht Also du brauchst kaum was Und Baum ist schon wieder fast dort Guck mal, ich hab das an den Augen gekillt Und jetzt ist es auch schon wieder am Leben Ah, nee, du bist dran Also du kannst dich mal um das Auge an der Seite Ich übernehme schon mal ein bisschen von dem in der Mitte Und wenn das an der Seite wiederbelebt wird Immer mal wieder Na gut Au Schreib doch endlich dieses scheiß Auge Okay Ah, das Auge an der Seite ist tot Ja, ist okay Welche Waffen wir nutzen Als Fernkampfwaffe auf den Bogen, ne? Ja Haben wir noch eine Fernkampfwaffe? Bogen, Speer und Echsenpeller Okay Guck mal, mein Kopf ist auch getrennt Also ich warte erstmal, dass Bei wem der Kopf Kommt, damit sie ihre Magie drauf dauern kann